Legende von der Entstehung des Buches Taute King auf dem Weg des Laotze in die Immigration Als er siebzig war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruh, denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu, und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig, doch es wurde dies und das, so die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirg den Weg einschlug, und sein Ochse freute sich des frischen Grases, kauend, während er den Alten trug, denn dem ging es schnell genug. Doch am vierten Tag im Felsgesteine hat ein Zöllner ihnen den Weg verwehrt. Kostbarkeiten zu verzollen? Keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das erklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, daß das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an, und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann, und er schrie, »Hey, du! Halt an!« »Was ist das mit dem Wasseralter?« hielt der Alte. »Interessiert es dich?« sprach der Mann. »Ich bin nur Zollverwalter. Doch wer wen besiegt? Das interessiert auch mich. Wenn du's weißt, dann sprich. Schreib's mir auf. Diktier's diesem Kinde. So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt's doch Papier bei uns. Und Tinte. Und ein Nachtmahl gibt es auch. Ich wohne dort. Nun, ist das ein Wort?« Über seine Schulter sah der Alte auf den Mann. Flickjoppe, keine Schuh, und die Stirne einer einzigen Falte. Ach, kein Sieger trat er auf ihn zu, und er murmelte. »Auch du?« »Eine höfliche Bitte abzuschlagen«, war der Alte, wie es schien zu alt, denn er sagte laut, »Die etwas fragen, die verdienen Antwort«, sprach der Knabe. »Es wird auch schon kalt.« Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise. Sieben Tage schrieben sie zu zweit, und der Zöllner brachte Essen, und er fluchte nur noch leise mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war's so weit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines Morgens einundachtzig Sprüche ein, und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt, »Kann man höflicher sein?« Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt, denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt.